Rest des Legs, Muskelzucken, Beinzucken, unruhige Beine, all das kommt daher, dass deine Muskeln zu viel Energie aufgestaut haben, zu viel Spannung haben und das loswerden wollen. Deswegen, wenn du das an den Beinen oft hast, dann dehne die Vorderseite, geh in den Fersensitz, dehne die Rückseite, indem du mit deinen Händen zur Fußspitze bei gestreckten Knien kommen möchtest. Dehne den Fuß nach unten, dass hier vorne alles frei wird, dehne die Waden, dass hinten alles frei wird. Wenn du das regelmäßig machst, muss es normalerweise immer weniger werden, weil die Muskeln, diese ganze angestaute Energie, losgeworden sind durch das Dehnen.